Gude, Benni Freilinger hier vom Lagerverkauf Freilinger in Gießen. Freitagabend, wir haben richtig gute Angebote hier für unseren super Samstag. Hier vorne geht's los. A la Care Garden Butter hier 250 Gramm, bei uns einen Euro in verschiedenen Sorten. Wo gibt's denn sowas? Zarte Käsescheiben, 200 Gramm machen wir einen Euro. Wahnsinnspreis. Das vegane Mühlensalami, der Knaller, kostet über 2 Euro hier 59 Cent. Die Pommersche ist da, normal 2,25, wir machen 59 Cent. Wahnsinnspreis. Schinkenbockwurst von Müller, 300 Gramm und Käsebockwurst. Wir haben verschiedene Sorten, sind immer gemischt, 300 Gramm, 1,50 Euro. Es gibt Cabanossi hier, 450 Gramm, 400 bis 500 Gramm unterschiedlich. Tolle Cabanossi für 1,99 Euro hier im Laden. Wahnsinn. Weiter geht's. Land Rauch Schinken. Bester Schinken hier. Kostet das Kilo 7,99. Also hervorragend, geräuchert, top zu empfehlen. Kochschinken darf auch nicht fehlen. Das Kilo für 4,99. Und hier der bayerische Leberkäse. Ich will gar nicht wissen, was der kostet von Wolf. 100 Gramm bei uns, 49 Cent. Da kann man doch nichts sagen, oder? Weiter geht's hier. Antipasti. Verschiedene Sorten sind da, gefüllt mit Käse und so weiter. 1,29. Oder Hummus, auch verschiedene Sorten für 1,00 Euro nur. Wahnsinn. Tagliatelle Frischteignudeln für 1,00 Euro hier. 500 Gramm. Zwei Minuten, fertig. Top. Durstlöscher. Ein Liter. Verschiedene Sorten. 1,00 Euro hier bei uns. Und endlich wieder da. Der gute Badolini Pyramiden Tee. Verschiedene Sorten hier. Das Stück für 1,00 Euro. Mit neuen Sorten jetzt auch. Dann die leckere Trinkmahlzeit von Y-Food in verschiedenen Sorten hier. Statt 3,99 können wir euch anbieten. 2,99 am Supersamstag. Milchreis Dr. Oetker. Grießbrei Dr. Oetker. Im Dreierpack. Drei Stück kosten normalerweise. Ein Stück. 1,99. Ihr bekommt drei Stück für 1,11 Euro. Die super leckeren Erdnusslocken von Lorenz. Western Style oder Erdnusslocken. Klassik leicht. 1 Euro. Halber Ladenpreis. Drei LKWs schon wieder reingekommen. Gio Chips in verschiedenen Sorten. Alles 1,11 Euro. Die leckeren Kellogg's, Fruit Loops oder Schoko Krispies machen wir für euch 1,99 Euro. Kosten jetzt 3,49 Euro normalerweise. Knoppers Minis kosten glaube ich 2,69 Euro. Wir haben jetzt hier die Variante mit 10% gratis. 1,99 Euro. Und hier für unsere Kioskbesitzer und Automatenauffüller wie auch immer. Endlich wieder da. Corny Big. 9,99 Euro. Und hier die Bringels. Kauft euch doch kistenweise. Die kleinen Bringels für 7,99 Euro. Egal welche Sorte. Wir haben viele Paletten bekommen. Für jeden ist was dabei. 7,99 Euro. Die Bringels. Und dann hier auch gekommen. Ganz tolle, erlesene Weine. Hier verschiedene Sorten. Wir haben es gegoogelt. Ab 7,99 Euro und aufwärts. Bei uns alles 3,99 Euro. Sehr gute Weine. Ich muss aufpassen, dass ich sie nicht hinschmeiße. Sehr gute Weine für 3,99 Euro. Kommt vorbei hier in Gießen. Lagerverkauf Freilinger Marburger Straße 127. Wir sind immer da Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr. Und schaut auch in unseren Online-Shop lebensmittel-sonderposten.de Jeden Tag viele neue Artikel. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Euer Benni. Ich wünsche euch.